das ist die traditionelle europäische medizin die nimmt die menschen und die patienten ganzheitlich wahr und ernst viele altbewährte heilmethoden immer beliebter und werden auch wieder aus alten schubladen herausgezogen und wenn wieder angewandt weil die schulmedizin häufig an grenzen stößt und nicht wirklich dauerhaft häufig heilen kann alles über die europäische traditionelle medizin findet ihr wie immer auf meinem ganzheitlichkeitsprinzip.com naturheilpraxis leonards in düren und mein nächstes video da dreht es sich um unerfüllte kinderwünsche also abonniert meine kanäle teilt und postet einfach weiter an eure freunde wenn ihr interesse habt liebe grüße euer naturheilkundlicher leidenschaftlicher ad leonards ciao